Liebes teures Publikum, Sie erinnern sich vielleicht noch an unsere erste Videobotschaft im März diesen Jahres, als wir sagten, wir vermissen Sie. Das kann ich heute in diesen grauen November-Tagen nur wiederholen. Ich kann ja mit meiner Sachkenntnis nicht beurteilen, ob die Einschränkungen des neuen Lockdowns medizinisch notwendig sind, aber ich kann sagen, dass uns diese Entscheidung sehr hart trifft und zwar uns Kulturkunstschaffende, aber auch Sie, meine Damen und Herren, die Sie die Veranstaltungen in den Museen, in den Theatern, in den Opernhäusern besuchen wollen. Das ist für Sie gerade jetzt auch in der vorweihnachtlichen Zeit sehr schmerzhaft. Wir kämpfen jedenfalls dafür, dass im Dezember bei uns die Lichter hier wieder angehen, denn die Hygienevorschriften, die wir hier haben, sind absolut sicher. Das bestätigt uns übrigens immer wieder auch die Politik. Dass die Hygienekonzepte so gut funktioniert haben, verdanken wir natürlich zum einen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Oper Berlin, aber, liebes Publikum, auch Ihnen mit Ihrem kooperativen Verhalten und Ihrem Bekenntnis zur Oper. Das gibt uns Mut und Kraft daran zu arbeiten, dass wir auch in diesen schwierigen Pandemiezeiten hier unsere Türen an der Deutschen Oper Berlin öffnen können. Lassen Sie uns alle dazu beitragen, dass die wirklich erschreckend hohen Infektionszahlen sinken und wir Sie an der Bismarckstraße im Dezember wieder begrüßen können. Der Vorverkauf jedenfalls für die Vorstellungen im Dezember und bis einschließlich 2. Januar, der läuft weiter. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Deutschen Oper Berlin freuen sich jedenfalls auf die Zeit, wenn wir wieder gemeinsam das, ich zitiere Richard Wagner, unaussprechliche, tönende Geheimnis des Daseins ergründen können. Die Musik. Auf bald und behalten Sie sich wohl. Der Vorstellungen im Dezember Der Vorstellungen im Dezember Der Vorstellungen im Dezember Untertitelung des ZDF, 2020